So, los geht's, los geht die wilde Reise, Moritz. Los geht die wilde Reise. Die wilde Maus fährt nicht mehr rückwärts, Freunde. Ja, die wilde Maus... Einsteigen, mitmachen, gerne auch im Looping, nicht kotzen, ne? Oh mein Gott, ist das so stark. Das will ich in Zukunft machen. Ich möchte Achterbahnen. Möchtest du besprechen, oder was? Ja, nicht besprechen, ich bin der, der die Bügel runter macht. Und dann aber auch so Sachen sagt dazu, oder was? Ja, das sind wie so, das sind ja arbeitslose Marktschreier, die dann da aufgegriffen wurden, wo gesagt wurde, naja, also wenn die einigermaßen gerade ausgucken können und den Bügel runterdrücken, und dann vor allem aber noch einen Spruch haben. Und viele scheitern schon daran. Ja, viele scheitern schon daran. Ah, du kannst nicht gerade ausgucken, dann tut mir leid. Du kannst nicht gerade ausgucken, das ist ein Problem. Dann viele machen zwar den Hebel nur halb runter, so, auch nicht gut. Und das mit dem Spruch, das musst du halt, das musst du im Blut haben, ne? Aber das kannst du als Marktschreier, das ist ja gar nicht das Problem. Ja, genau, das können die. Aber Marktschreier ist ja auch jetzt nicht mehr so richtig Marktschreier. Ich glaube, es gibt nicht mehr so viele Marktschreier. Muss man da gendern? Gibt es auch Frauen, die da noch so andere Produkte... Also ich glaube, das ist immer noch ein sehr klassischer Markt. Ja, deswegen, also... Das ist... Ich glaube tatsächlich, also ich kann mir vorstellen, dass es dann eher so um Back- und Putzprodukte geht. Weißt du? Also Männer verkaufen Nahrung. Oder wohl, nee, kann mir bei Frauen das natürlich auch vorstellen, dass die dann so... Aber irgendwie so was, wo so Honig. Weißt du? Also ich habe noch nie eine Frau gesehen, die Marktschreier ist. Deswegen bin ich tapplich da so im Dunkeln. Ja, ich habe, was ich gesehen habe, oft sind Pärchen. Ja. Wo er dann quasi... Also die haben jetzt auch gesagt, er brüllt in die Menge, ne? Ja. Und sie motzt dann über ihn. Ah ja, das ist geil. Stimmt, obwohl... Ja, ich glaube, Frauen habe ich mal gesehen bei Blumen tatsächlich. Blumen? In Bremen hatten wir eine Schlachterin. Ah, wow. Aber die hat nicht geschrien, die hat sehr laut geredet, aber ich glaube, die war auf einem Ohr blind, äh, auf einem Ohr taub. Also die hat einfach... Auf einem Ohr blind? Die war auf einem Auge blind und auf einem Ohr taub und deswegen hat die viel geschielt und viel auch an der Wurst vorbeigeguckt. Aber auch nicht immer einen Spruch gedrückt, aber nicht so laut, sondern also so persönlich zu dir. Ach, geil. Von einem Markenflüsteren. Also ich muss sagen, ich bin da wirklich ein bisschen fasziniert von. Ich habe irgendwann, als die Faszinationkirme so leicht abnahmen bei mir. Also, ne, man ist denn jetzt nicht... Als Kind ist man ja noch begeistert von den vielen Bullenlichtern und so. Ja, 13, 14 ist das Alter, ne? Genau, und... Fünfst du dir schon Autoscooter, da ist man schon zu cool für den Rest. Richtig, aber man, äh, am Anfang ist es ja noch so, dass man Lose zieht. Also man checkt ja gar nicht... Also ich glaube, ich brauchte wirklich bis 12, 13, um zu checken. Also vielleicht ist es für euch eine neue Botschaft. Dann, Achtung jetzt, an alle Leute, die, äh, bei der nächsten Kirmes oder beim Rummel, wie ihr dann vielleicht sagt, Rummel oder Kirmes sagt man, glaube ich. Rummel, Kirmes, bei uns war Jahrmarkt. Oder Jahrmarkt, genau. Also auf jeden Fall bei dem nächsten Ding da, wenn da ein Losverkäufer ist, ne? Achtung, Achtung, die, ähm, die verarschen euch. In den Losen ist öfter nichts drin, als das, was drin ist. Genau, und vor allem, nee, vor allem das Ding ist auch, egal, was ihr gewinnen könnt, es ist, ey, ihr zahlt drauf. Aber der Gewinn ist nicht gut. Das ist der... Das Hauptproblem ist gar nicht die Verarschung, dass da so viele Nieten drin sind, sondern die Gewinne sind so scheiße, dass es eigentlich egal ist. Der Gewinn ist eine Niete. Das, was du da reinbuttern musst, um was zu gewinnen, was wertvoll ist, ne, geht ja gar nicht. Der ist halt wirklich, also selbst wenn du guckst, naja, das ist halt ein dreckiges Kuscheltier, das kaputt ist und einfach Chemie versäucht, aber in Größe. Das ist ja der Hauptgewinn dann. Richtig. Ja, lass das. Herzlich willkommen zum Hauptgewinn. Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. Ich weiß gar nicht, wie wir direkt auf Jahrmärkte gekommen sind. Ich muss das aber noch zu Ende zählen. Also irgendwann hat die Fassidation abgenommen. Aber dann gab es so eine Zeit, da sind meine Eltern und ich hatten dann das gleiche Interesse auf der Kirmes. Und zwar den Blumenverkäufer, beziehungsweise die Blumenverkäuferinnen. Die haben das immer so gut gemacht, dass ich da, also ich fand das rhetorisch einfach so geil und so spannend, dass ich da einfach mir das gerne angeguckt habe und meine Mutter hat einfach gerne Blumen gekauft. Und dann haben wir da immer als Familie, standen wir also dann immer von dem Blumenmann. Ja. War super. Würde ich gerne wieder machen. Ich glaube, das muss es auch wieder öfter geben. Also es ist dieses, was man nämlich nicht sieht ist, du siehst diese alte Generation ab und zu noch von so Marktschreiern und Marktschreierinnen, die dann einfach da stehen und ihre Sachen da bieten und dann merkst du, da ist so eine Traube von Leuten. Viele kaufen gar nicht, aber das ist halt so ein, das ist halt spektakulär, dass du halt denkst, ja krass, dass der auch nicht aufhört, dass der da oben steht und der rappelt seinen Schuh da runter, macht ja seit 50 Jahren, aber hört auch nicht auf. Was das selten gibt, ist so die neue Generation. Warum gibt es nicht mehr jüngere Leute, so mit 16, 17, 18, die sich auf dem Markt arbeiten, aber die stehen nicht da oben und sagen, ja nochmal frischer Fisch, nochmal, siehst doch aus wie ein Hecht, willst einen mitnehmen? So genau, so und irgendwie raus aus dem Klischee, ja, also ich will auch mal eine Frau, die so Schmieröl verkauft zum Beispiel. Ja, so eine Anfang 20-jährige Verkäuferin. Ja genau, so Motoröl verkauft oder so, weißt du, also dass man da mal, weil ich habe jetzt gerade das jetzt so, also nur erzählt, aber es ist ja offenbar sehr, in meiner Fantasie ist es sexistisch geprägt, ja, also dass Frauen dann eher so, also wie 50er Jahre immer noch, Männer verkaufen Fisch, Frauen Reinigungsmittel, ist das so? Oder ist das ein falscher Eindruck? Ja, ich glaube, es ist mittlerweile ein falscher Eindruck, also es gibt viele Männer, die auch Saft verkaufen, habe ich auch schon öfter gesehen, die dann einfach, weißt du, die dann wirklich einfach so Saft pressen für dich und dann habe ich aber, wobei ich bei den Frauen, ja, was ist, ich glaube, das ist viel das Gemüse-Business, wenn du dir anguckst, die Gemüse-Stände, was du oft siehst, ist, der Mann ist dafür da, dass die Frauen ihn losschicken, nochmal Sachen aus dem Auto holen, ne, wir brauchen ja nochmal eine Kiste Kohlrabi, ne, und dann geht Henning los, holt eine Kiste Kohlrabi, vor sich hin Murmeln, aber verkaufen, tun das Mama und Tochter. Ah, okay, ja, sowas gibt es natürlich, das stimmt, aber ich muss wirklich sagen, also es ist ja nochmal, das sind ja einfach nur Leute auf dem Markt, ich brauche wirklich Leute, die mir ihr Produkt in die Welt schreien, also die mir dann komplett ins Gesicht schreien, was sie haben und das auch Gag-mäßig, also das muss schon noch eine Gag-Schleuder sein. Das muss eine Unterhaltsamkeit haben. Ja, das stimmt. Extrem unterhaltsam sein, weil ich sehe zum Beispiel viele jetzt auch, also was ich oft sehe, ist so einen, der parkt dann auch wirklich mit seinem Auto und zeigt, wie gut die Autoscheibe sauber wird, also der putzt am Tag quasi 80 Mal sein Auto, einfach nur um zu zeigen, wie geil die Politur ist. Okay, und da brauchst du dann aber eher eine geschlechtliche Durchmischung, meinst du? Ja, da hätte ich gerne eine geschlechtliche Durchmischung, genau. Oder, genau, oder ich kenne dann auch nur Leute, die dann so, das sind aber auch nur Männer, die dann so einen Hobel bedienen, also die hobeln dann auch so, weiß ich nicht, 100, 200 Kilo Kohlrabi weg, so übers Wochenende, weil der Hobel so gut funktioniert, die müssen immer zeigen, wie gut der Hobel funktioniert und das macht man immer gerne mit Kohlrabi und mit Möhren. Ja, das stimmt. Ja, es ist insgesamt ein Aussterben der Beruf und auch da muss die, da muss man Diversität durchgegeben. Die Diversität ist da gefordert. Ja, finde ich gut. Ja, finde ich sehr gut. Gut. Dann haben wir das schon mal geklärt, ansonsten bin ich ein bisschen aufgeregt, also wir dürfen, das hast du es hier schon mitbekommen, wir nehmen heute bei mir auf. Das habe ich mitbekommen. Ja. Ich habe mitbekommen, dass ich bei dir heute Morgen aufgewacht bin und dann habe ich hier gefrühstückt und geduscht. Ja. Also Frühstück gab es nicht, aber ich habe geduscht und wir sitzen hier auch schon in so einer Stunde. Also das habe ich jetzt mitbekommen, ja. Gut, nee, das war gar nicht, das war nur ein Einschub. Also für alle da draußen sage ich jetzt, wir nehmen hier bei mir auf. Ja, du bist schon gedanklich drei Sätze weiter wieder. Richtig, so. Ich muss mich sammeln, weil es ein aufregender Tag ist für mich heute. Ich habe das am Rande mitbekommen, dadurch, dass deine Freundin dich an viele verschiedene Termine erinnert hat. Richtig, so ist es nämlich. Sie hat es sogar netter Reise und das ist wirklich, das sind Geschenke, mit denen kann man mich glücklich machen, aber auch viele Leute aus Berlin, nämlich mit einem Termin beim Bürgerabend. Ja. Sie hat ernsthaft, also du hast es so völlig unglaublich, glaube ich, heute so mitgekriegt, weil du es gar nicht fassen konntest. Also ein Termin beim Bürgerabend ist eigentlich wie ein Sechser im Lotto. Ich vergesse immer, dass das so ein Ding ja bei euch ist. Ja, also das ist jetzt wirklich, das hat mir meine Freundin vor vier Monaten, ist sie warum auch immer um sieben Uhr morgens aufgestanden und hat sich gedacht, wenn ich jetzt sowieso so früh wach bin, dann mache ich Till mal einen riesen, tue ich ihm mal einen riesen Gefallen und refreshe die Termineseite beim Bürgerabend. So muss man es nämlich machen. Und da war wohl, da war noch ein Termin, sie hat direkt zwei Termine gemacht. Ich habe zwei Termine beim Bürgerabend heute, die werde ich auch beide nutzen, weil ich gerade dokumentmäßig im Rückstand bin. Dokumentmäßig schwach aufgestellt. Ich bin richtig schwach aufgestellt gerade, Stichwort Reisepass, Stichwort Personalausweis. Und da wollen wir mal gucken, was heute geht. Du bist im Moment bei jeder Kontrolle und erst mal ein unbeschriebenes Blatt. Ja. Wenn du dich ausweist, basiert das viel auf Vertrauen, auch jetzt von der anderen Seite aus. Richtig. Dein Ausweisdokument ist YouTube, wenn man ehrlich ist. Eigentlich ja. Nee, bitte rein, hier sind meine Termine, was wollen sie? Aber so darf man denen ja nicht kommen. Also so bin ich denen auch noch nicht gekommen. Dann kommt man denen nämlich dumm. Nee, ich habe, also ja, es ist immer wieder aufregend jetzt für mich, jede Kontrolle. Es war jetzt so, ich bin neulich geflogen, ich mache einen ganz kurzen Abbrust, weil ich habe das schon ausgebreitet im anderen Podcast, aber ich bin einmal geflogen, da ist mir aufgefallen, da habe ich keinen Reisepass mehr, den hatte ich wohl verloren unterwegs irgendwie. Und da habe ich nochmal zwei Tage drangehängt, da urlaubsmäßig. Und so, dann habe ich bei der Botschaft in New York einen vorläufigen Reisepass bekommen. Ja, dann konnte ich fliehen. Aber das ist ja ein Aufwand, dann bist du da in New York zur Botschaft. Ja, das war ein Aufwand. Und, naja, aber Ende gut, alles gut, ich bin ja jetzt wieder hier, wir sitzen ja zusammen. Ja, das habe ich mitbekommen. Du weißt ja jetzt schon, wie es ausgegangen ist, nämlich gut. So, und jetzt habe ich mich so in der Sicherheit des vorläufigen Reisepasses, habe ich mich da richtig reinfallen lassen, zu sehr. Weißt du, in so ein, weißt du, du kennst das doch auch, du kennst das sicherlich von deinem Haus, so Provisorien, die dann einfach so bestehen bleiben. Das hält ja erstmal. Ja, das hält ja erstmal genau, wo man sich denkt, nee, aber da müssen wir uns eigentlich das nochmal verputzen und hier den stützenden Balken hinzufügen. Da müssen wir uns auf lange Sicht drum kümmern, aber jetzt erstmal haben wir ja Ruhe. Ja. Und das ist ja auch, du hast ja wirklich Aufwand betrieben, um diesen vorläufigen Reisepass zu bekommen, jetzt wirst du den ja auch auskosten. Also jetzt kann das ja auch bis zur letzten Sekunde dein offizielles Dokument sein. Wie lange hält denn so ein vorläufiger Reisepass? So, das sind zum Beispiel alles Fragen, mit denen hatte ich mich jetzt im Vorfeld gar nicht so beschäftigt. Ja, da stand ich dann also. Das machen viele deine Freundin und ich dann. So, da hat nämlich tatsächlich, war da wieder meine Freundin, die da hinterher ist teilweise, ja, wieder hat es so den Stein des Anstoßes geliefert. Ja, aber das sind die Leute, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, die sind sehr hinterher über die ganzen Passsache in Deutschland, weil die halt drängt werden mit dem ganzen Thema. Ja, natürlich. Ich glaube, sie ist auch, ja, sie ist auch innerhalb eines doppelten Passes. Sie hat sogar zwei, sie hat zwei, also leidisch, das ist natürlich leidisch, da kannst du immer einen verlieren, weißt du. Die hat gut kacken, sag ich mal so. Also, nee, die hat gesagt, also auf dem Weg zum Flughafen, war das so, Till, hast du denn deinen Reisepass? Ja, und ich habe, ja, also bitte, ja, selbstverständlich. Ja, und hol den raus und sag ich, hier, das ist der vorläufer Reisepass, gar kein Problem, natürlich. Und dann war sie auch ein bisschen so, ah, okay, sie hat das ein bisschen zu, also sie hat es schon gesagt, okay, ja, hätte ich gar nicht gedacht, dass der da so auf Zack ist, dass der da sogar dran denkt. Dass der das dabei hat. Aber dann, wirklich, dann hat sie das zweite Ass aus dem Ärmel gezaubert und gesagt, aber wie lange ist der denn gültig? Ah! Da ist ein Datum drauf, ne? So, und da ist ein Datum, da war da tatsächlich ein richtig frech, nahes Datum drauf. Ja. Und da habe ich festgestellt, der läuft im Urlaub ab. Ah! Ja. Da muss ich sagen, wenn ich jetzt alleine in den Urlaub gefahren bin, ne, also das wäre natürlich nicht so schön gewesen wie mit meiner Freundin, ne? Aber Ruhe! Nein, 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 nein. Ich meine das jetzt gar nicht doof. Ich meine das gar nicht so doof. Nur, wenn ich jetzt, mir jetzt keine Gedanken, wie ich jetzt im normalen Modus, also ich hätte das gar nicht gemerkt. Ne. Dann, wenn jemand sagt, ja, bei dem Dokument, das ist ja abgelaufen. Genau. Da hättest du gemerkt, ah, dann verlängern wir den Urlaub nochmal. Wo ist denn diese Botschaft? Genau. Du, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, wo die Botschaft in Italien ist. Also, es ist so, ganz interessant, Mailand, Napoli und Rom, da könnte man vorstellig werden, kann ich hier in allen Münden, falls ihr da mal irgendwann ein Problem habt oder so, da könntet ihr, da gibt es eine deutsche Botschaft oder ein sogenanntes Generalkonsulat. Wie dem auch sei. Ich habe also, jetzt war ich ein bisschen alarmiert, ja, weil ich weiß ja, eigentlich weiß die Fluggesellschaft ja jetzt auch, im Urlaub läuft mein Reisedokument ab. Wie schwerwiegend ist sowas? Weiß man nicht. Ja, das ist, glaube ich, Ermessenssache. Also, das ist wirklich unterschiedlich. Weil ich hatte mal für die Kinder keinen Reisepass dabei. Ja. Und dann bei der einen Fluggesellschaft hieß das, ja, dann können sie nicht fliegen, das geht ja nicht. Und die andere Fluggesellschaft meinte, aber das sind ja ihre, also das sieht man ja auch. Ach so. Ja gut, ist ja jetzt. Sehen die so doll nach dir aus? Ja, also, ja, in dem Stadion, naja, was heißt so doll, aber es war halt tatsächlich, naja, also ihr seid ja verwandt. Also, das kann man ja sehen. Ja, ist okay. Ja, okay. Ja, verstehe. Ah, interessant. Ja, ich habe da nämlich, ich stand, ich habe da bei der Flughafengesellschaft gestanden und habe gesagt, ja, wir würden dann fliegen nach Italien, aber jetzt, der läuft dann bald ab, der Pass. Mhm. Hat die Frage, ja. Also, was wollen Sie jetzt von mir? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, also, ist das ein Problem? Nee, wir gucken, also wir gucken gar nicht nach Ausweisen. Ja. Haben Sie denn den Abortingpass? Ja, ja, klar. Ja, dann bitte. Und bitte fliegen Sie. Ja. So. Siehst du, dann ausladen, da gehst du zu meiner Freundin, siehst du, siehst du, meine Güte, was ist sie wieder so laut oder hier in der stillen Kammer, meine Güte. Sind wir also geflogen, so und dann war jetzt aber natürlich das Spannende zurück, weil ich wusste jetzt, ah, der ist jetzt abgelaufen im Urlaub, der vorläufige Reisepass, kann man damit zurück? Und da habe ich da richtig, ja, weil man ist ja, ich wollte jetzt eine unangenehme Situation uns ersparen, ne? Ja. So. Und habe dann im Vorfeld dann gefragt, alle, das Generalkonsulat in Mailand, in Napoli, in Rom, ich habe, die haben mir dann gesagt, ah, rufen Sie doch die Bundespolizei an, die geht gar nicht ran. Also da, Bundespolizei, also die haben... Die haben anderes zu tun. Die haben schon wieder Ferragosto. Ja. Also da war gar nichts zu holen. Und, ja, was habe ich denn noch gemacht? Ach genau, dann habe ich, genau, das war das Geilste, den Reiseanbieter angeschrieben, ja? Also den, die Airline, habe ich angeschrieben. Die hat mir vor drei... Ja, auf die kommt es ja nur an. Genau. Die hat mir vor drei Tagen, also mit dem Anliegen habe ich geschrieben, also wie sieht es aus, nehmt ihr mich mit. Ja. Im Urlaub. Also, weil es gibt normale Fragen, wie abgelaufener Reisepass oder so, da gibt es eine wahnsinnige Nikulanz. Ein Jahr bis fünf Jahre oder so, wenn er abgelaufen ist, überhaupt kein Problem. Aber abgelaufener, vorläufiger Reisepass, ja? Ein kleiner Spezialfall. Das ist so in den FAQs gar nicht drin. Ist gar nicht so drin. So, und dann habe ich den geschrieben, gar keine Antwort bekommen natürlich. Und nachdem ich geflogen bin, ja, da komme ich gleich zu, aber habe ich dann ein FAQ geschickt bekommen von denen. Also mit den am häufigsten gestellten Fragen. Mhm. Und, äh, dann war ich unfreundlich. Muss ganz ehrlich sagen, aber da habe ich wirklich geschrieben, wollen sie mich verarschen? Ja. Und die Antwort darauf war ein FAQ. Also, ich glaube nicht, dass da ein Mensch sitzt. Ich glaube das wohl auch nicht. Ja. Und, ähm, so, genau. Ich also mit schon, äh, wirklich aufgeregt zum Flughafen, weil ich wusste, also, und darauf wollte ich hinaus eigentlich, wenn ich sozusagen alleine, wenn ich mir keine Gedanken gemacht hätte, dann wäre das genau so gewesen, als wenn ich vorher diese 18 Anrufe nicht gemacht, also, weil diese 18 Anrufe haben ja eigentlich nur gesagt, ja, probier es. Keine Ahnung. Ja. Also, ich hatte keine andere Chance als, ich muss das jetzt hier an diesem Flughafen probieren. Ja, aber, äh, ich wusste auch nicht, dass man, du, das war ja innerhalb der EU, dass du da einen Reisepass brauchst. Also, ich dachte. Na, ich hatte ja jetzt auch keinen Personalausweis. Achso, ja gut. Ah, okay, gut. Weißt du, nee, das ist ja klar. Ja, wenn du einen Person hast, ich meine, um Gottes Willen, klar. Nein, um Gottes Willen. Ja, ja, gut. Aber ich meine, auch die Gefahr ist ja in Italien, also, das Worst-Case-Szenario ist ja viel geringer als in New York. In New York hängst du dann fest. Ja. In Italien, da ist das dem einen oder anderen Menschen vielleicht schon mal passiert, dass man da nicht fliegen kann. Aber dann hat man ja auch die Chance zu sagen, ja, scheiße, ist richtig kacke, ist teuer, aber dann nehme ich mir ein Auto und dann fahre ich über Nacht. Nimm mal ein Auto, genau. Das habe ich wohl auch schon mal gemacht. Richtig, genau. Oder ich habe dann überlegt, mein Gott, dann nehme ich halt einen Zug. Ja, oder einen Zug. Da wird man ja oft nicht kontrolliert. Ja, wir hatten Zeitdruck. Da ging ich mit, wir konnten auf dem Zug warten. Wir mussten da auch wohl sein. Was war das denn? Das war wohl die Hochzeit meiner Schwester. Ah, ja. Und da hieß es dann wohl, nee, so können sie da nicht fliegen. Da habe ich gedacht, naja, wie viele Stunden haben wir? 15 Stunden bis Start, 14 Stunden Fahrt, gibst ihr in der Autoverleihung. Wow. Und dann sind wir da hochgeballert. Und was hattest du nicht dabei? Die Reisepässe der Kinder. Das war, ach, das war dann da? Das war dann da. Da war es ein Problem. Das ging wohl, eine Tour lang ging es wohl sehr von, ja, um Gottes Willen. Ja. Das waren auch damals so zwei Kinder. Aber es war so, ja, das sind ja deine Kinder, das sehe ich ja. Ja, stimmt. Bei drei Kindern wirkt es langsam so, als würdest du die einfach so mitnehmen. Ja, ja. Und dann auf der anderen Tour hieß es dann, von der deutschen Seite aus hieß es, nee, das werden wir so aber nicht machen. Wir brauchen ja ein Dokument. Ich meine, ja, ich habe ja alles andere. Ich habe ja, guck mal, die Krankenkassenkarte, wir haben kein Bild drauf. Ja, okay, gut, wir haben, ja, okay, ist gut. Und dann sind wir beim Auto gefahren. Ja, Wahnsinn. 14 Stunden durchgeballert. 14 Stunden durchgeballert. Furchtbar. Genau, da hatte ich Schiss vor. Dann bin ich jetzt also zum Flughafen, habe gedacht, ja, vielleicht wird das wieder nicht kontrolliert alles. Ja. Vielleicht wird sofort kontrolliert. Da stand sofort jemand. Ja. Bevor man das Gepäck abgibt, steht da jemand, kontrolliert das. Also, ich gebe diesen vorläufigen Wisch ab. Das ist auch wirklich nur so ein Papier. Das ist ein Papier, ja. Das sieht auch alles gar nicht seriös aus. War überhaupt kein Problem. Also, ich wusste auch, die weiß nicht, was das ist. Also, ich habe ja die Reaktionen erlebt, auch in New York am Flughafen. Die wussten das auch alle nicht. Bei denen eine große Aufruhr. Ja. Da, überhaupt kein Problem. Ja. Und dann nochmal beim Einstieg, da war es so wie, hurry up, hurry up. Mhm. Ja, weil es, also, mach hinne. Und das war sehr gut, wenn Personal gestresst ist und so. Und die haben wirklich nur meinen Namen gelesen. Die haben nicht mal nach dem Foto geguckt. Ja, ja. Und zack war ich drin. Ja. Und ich hatte das Gefühl, ich habe hier heute richtig, äh, ich bin richtig krimineller. Mhm. So richtig, wie so ein krimineller Akt. So, und deswegen, heute kriege ich endlich einen neuen Perso und vielleicht sogar einen Pass noch, einen Reisepass. Moritz, also heute bin ich wieder Teil der Gesellschaft, Moritz, ganz offiziell. Das finde ich schön, herzlich willkommen bei uns. Ja, danke schön. Also, aber es wird auch, also diese ganze Reisepass-Nummer, ne, also, ich muss jetzt auch jedes Jahr einen neuen Reisepass für die Kinder beantragen. Mhm. Also, es will ich einmal im Jahr, musst du so einen Kinderreisepass jetzt erneuern lassen. Wieso denn einmal im Jahr? Ja, frag mich nicht. Einmal im Jahr. Und ich hab das, ja, ich wurde auf dem Dorf, bei uns ist es anders, da ist auch ein bisschen, alles ist ein bisschen strukturierter als hier. Hier ist nicht irgendwie, hier machst du nochmal im Internet. Ich geh da hin, dann mach ich das da, geb ich da die neuen Fotos ab, dann streicht sie den alten durch, dann hast du da einen neuen Pass und dann sagt sie, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Jahr zur gleichen Zeit. Und dann hab ich jetzt schon einen Termin quasi für den 9. Dezember, weil letztes Mal war ich am 10. Dezember da. Und jetzt krieg ich dieses Jahr, krieg ich dann einen Termin für den 8. Dezember. Und so hangeln wir uns durchs Jahr. Aber paradiesische Zustände, dass du da überhaupt, du kennst ja die Leute da sogar persönlich. Ja, das ist ja auch nur ein, das sind zwei Leute da, die da arbeiten. Und die machen das ja alles. Ja. Und dann kennst du, ja, ich kenn meine Pappenheimer da. Und die kennen auch mich jetzt. Ja, das ist, wow. Ja, das ist wirklich, also, da krieg ich Tränen in den Augen. Ja, wirklich. Das ist einfach hier eine ganz andere Situation im Moment. Ja, und da ist es auch mit. Ja, du musst ja nicht ja online und vier Monate vorher. Heute ist wirklich einer der wichtigsten Tage des Jahres. Das ist wirklich wahr. Ja, ist krass. Ja, weil sie auch meinte, ja, pass auf, du hast einen Termin um die und die Uhrzeit. Till, vergiss das nicht, sonst ist der Nächste wieder in sechs Monaten, wo ich denke, hä? Ich rufe ja Gisela an und sage, Gisela, scheiße, ich hab das vergessen. Ich brauche dieses Dokument. Und dann meinte sie, ja gut, weißt du ja, 16 Uhr ist am Zoo, kommst du dann um 16 Uhr hin. Also den Perso, bei mir ist es komplett anders, den Perso vermisse ich seit Dezember. Ja, und es ist ja einfach bisher keine Gelegenheit da gewesen, da so einen Termin zu kriegen. Das ist krass. Also man muss halt früh aufstehen, die Seite refreshen dahin oder man setzt sich in so ein Abend und muss ganz, ganz lange warten. Das gibt es auch für so Akuttermine. Aber das ist, da hatte ich dann akut oft keinen Bock, dann so ganz früh aufzustehen. Ja, natürlich nicht. Um dann da mit den anderen in der Schlange zu stehen und dann erstmal so drei Stunden zu warten. Ja, das habe ich auch. Das habe ich einmal in Bremen gemacht, das mache ich nicht wie. Und dann bin ich nicht mehr dran gekommen. Ja. Dann habe ich es halt irgendwann so, ja für heute ist jetzt, ja bis zum Morgen wieder gekommen. Und ich habe jetzt hier acht Stunden gesessen und ich war ja scheiß ernst. Genau, vor allen Dingen, man macht es ja nur, also das ist ja so eine Sache, die macht man nur für andere und aber das ist gar, die anderen freuen sich gar nicht drüber. Nee. Für die anderen ist es so eine Selbstverständlichkeit, dass man ein Perso hat. Und man selber kennt sich ja. Man selber weiß es. Also ich denke ja nie, oh wir will nicht nochmal schnell drauf gucken. Sondern das macht man nur für andere. Ja, das ist eine Dienstleistung. Und die anderen gucken dann da so grimmig drauf. Ja, passbar. Das ist ja gar nicht so, oh toll, dass sie einen Perso hat, oh super, hast du einen Glückwunsch. Das ist eine Dienstleistung. Ja. Ich habe aber nochmal einmal auf dieses FAQ zurück, ne. Ja. Also das, wir werden älter. Ja. Und ich merke, der Service nimmt mich auch ab. Das ist wirklich so. Ja, ab und zu ist es richtig dreist. Ich habe so eine Jacke gekauft letztes Jahr, weil ich dachte, weißt du was, scheiße, ich wollte immer schon diese Jacke haben und ich kaufe mir jetzt diese Jacke. Ja. So, jetzt hat es geregnet, so eine Winterjacke, und dann ist die eingelaufen. Die Ärmel sind fünf Zentimeter eingelaufen. Also die Jacke war dann vorher, hat sie gepasst und jetzt ist sie zu kurz. Ja. Und dann habe ich da angerufen, habe ich da geguckt bei der Firma, habe gesehen, ah, die haben so eine Schneiderwerkstatt ausgelagert in Deutschland, habe da hingeschrieben und die meinten, ja, aber schick mal nicht hier, schick mal direkt zu der Firma, weil das ist ja erstattet. Ja. Das ist ja klar. Also habe ich das da hingeschickt, habe das da angemeldet, nach elf Monaten, nachdem ich diese Jacke hatte, habe das da hingeschickt, kam ewig lang gar nichts zurück und dann kam die Antwort von, ja, also wir haben hier so, es gibt so eine Garantie, zwölf Monate, das ist ja jetzt, aber das ist kein Garantiefall, weil es kann schon sein, dass da Material mal ermüdet, aber dass das so fünf Zentimeter einläuft, das gibt's nicht. Ach so. Deswegen können wir das nicht übernehmen. Da habe ich so geschrieben, naja, also das gibt's nicht, also sie haben ja jetzt die Jacke. Ja. Und die ist ja eingelaufen. Also das ist ja klar, das ist ja, die sehen sie ja und sie sehen ja, die ist eingelaufen. Ja. Also die Antwort kann ja nicht sein, dass das nicht passiert ist. Ja. Ich verlange ja nicht mal, dass das jetzt unbedingt übernommen wird, aber ich will ja, dass das wieder verlängert wird. Ja. Und, aber, also geht das? Und dann war die Antwort da, war, ja, aber das kann ja nicht passiert sein. Also was passieren kann, ist, dass das mal so ein zwei, drei Millimeter, wegen Material, aber dass das so eingelaufen ist, das kann nicht passiert sein. Habe ich nochmal geschrieben, habe ich gesagt. Aber vielleicht meinen die, musst du darauf hinaus, ja, vielleicht habe ich es dann auch falsch gemacht, vielleicht habe ich es dann zu doll geschleudert oder so. Ja, ich habe nicht mal gesagt, dass es deren Schuld ist. Ich habe auch nicht mal gesagt, ich will, dass sie das korrigiert. Ich habe nur gesagt, die ist eingelaufen und ich möchte, ich liebe diese Jacke. Ja. Ich will, dass die verlängert wird. Geht das irgendwie? Und man sieht, die kann nicht eingelaufen sein. Unsere Jacken laufen nicht ein. So, dann habe ich also wieder angerufen, habe ich dann wiederum gesagt, habe ich dann wieder diese Schneiderei da angerufen und die meinten, ja, natürlich können wir die verlängern. Also klar, klar können wir die verlängern. Und dann hat er mir die Originalfirma einen Preis genannt, hat der gesagt, ja, wir können die verlängern hier natürlich für den Preis, sollen wir das machen? Dann habe ich gesagt, naja, das wäre ja teurer, als wenn ich mir die Jacke nochmal kaufe. Ja. Also das ist ja nicht euer Herz. Das ist ja dann mehr Geld. Hast du dir die Jacke jetzt nochmal gekauft? Nein, ich habe bei der Schneiderei, wo sie das Ausgabe hat, meinte, ja klar kann ich dir das annähen, koste ich 30 Euro, ja, kann ich machen, klar. Wow. Also und dann war dann noch was anderes kaputt, das war meine Schuld, dann meinte, dann war da so eine andere Tasche, war da eingerissen, hatte ich was Spitzes drin und dann meinte die Originalfirma, meinte, können wir nähen für 70 Euro. Ja. Und dann meinte die Schneidereifirma, meinte, ja, das nähe ich einfach, ich nähe ja sowieso schon bei den Ärmeln, ja, das nähe ich dann damit ran, also. Ja, es ist, also, Moritz, da müssen wir jetzt einfach drüberstehen, wir dürfen jetzt nicht so alte, verbitterte Männer werden. Die so sagen, ja, das wird ja alles immer schlimmer, das müssen wir jetzt einfach Aber es wird ja alles immer schlimmer. Nein, ich finde es einfach nur so frech, also man kann ja auch irgendwie antworten, ja, das ist natürlich jetzt scheiße, aber das passiert bei uns normalerweise nicht und wir bezahlen das nicht, so, du kannst das jetzt hier machen oder du gibst das an eine andere Firma, die schneiden ja das für 39 Euro, so. Man kann ja auch so antworten und nicht dreimal sagen, nein, das kann nicht passiert sein, wo ich denke, rede ich mit einem Roboter oder was? Ja, das sind manchmal Leute, die haben so ganz, das merke ich auch, die werden dann so roboterhaft in dem, weil sie haben irgendwie gesagt bekommen, es gibt nur diese drei Antworten, die man antworten darf. Ja, ja. Es ist wie dieses Flugunternehmen, das dann sagt, ja, hier sind die häufigst gestellten Fragen, dann ist ihre Frage ja dabei. Nein, offensichtlich nicht, das haben wir ja schon gelesen. Ja, ich weiß auch nicht, Moritz. Das ist, entweder sind Leute sehr nett und zuvorkommen, so wie du geschrieben hast bei dem Schneider. Ja, die war super. Oder halt gar nicht. Oder es ist so, wir versuchen ja eigentlich, ich hab da so ein schönes Wort gelernt, das hat unser Manager gesagt, bei so einem Telekommunikationsanbieter, wie das, Kundenverteidigung oder so, oder Kundenabwimmel, irgendwie so, also wirklich so ein Wort, also das ist offiziell, hat der Mitarbeiter das genannt. Ja, ich arbeite hier in der Kundenabwehr, wo du merkst, okay, es geht eigentlich gar nicht darum zu helfen, sondern, also wir müssen hier offenbar so eine Nummer anbieten, aber in der Nummer geht es eigentlich nur darum zu sagen, wir können hier gar nichts für sie tun, ich verstehe ihren Schmerz und Ärger, aber wir sind ein Scheißunternehmen. Ja, und das ist aber, das ist der falsche Weg. Also ich finde, das Ziel muss nicht mal sein, dass die alle deine Probleme lösen, aber es gibt bei uns eine Autofirma, die haben eine ganz gute Taktik, die Leute da, die da arbeiten, weil deren Taktik ist im Grunde genommen, ich stelle mich auf deine Seite, ich erreiche dann nicht, was du willst, aber ich bin bei dir. Also du gehst da hin zu der Firma, da arbeitet jemand, ja, und er sagt dann, ja, das geht ja gar nicht, also, weißt du was, die Schweine machen wir lang. Ja, genau. Wo ich denke, du bist die Schweine. Also, der Scheißverein, das geht ja gar nicht. Und am Ende heißt es, ja, kann ich das machen, geht leider gar nicht. Aber ich hatte das Gefühl, ja, aber wir haben zusammen einen Kampf verloren, das ist okay, aber du warst an meiner Seite, wir sterben in Ehre, Bruder. Genau, genau, so, ich weiß jetzt schon, ich werde dein Problem nicht lösen können, aber wir gehen hier gemeinsam eine emotionale Reise durch. Ja, so, und das reicht mir ja. Ja, natürlich. Dann habe ich das Gefühl, okay, wir haben alles getan, und jetzt müssen wir hier alle gemeinsam in den Sorgen ab, ich hatte sogar das Gefühl, dass wir zusammen die Rechnung bezahlen. Sag mal, aber wo ich das gerade angesprochen habe mit diesem Schleudern, ne, ich finde, wo wir jetzt gerade über das Alter auch reden, oder ich das angesprochen habe, ich finde, man ist jetzt nicht nur das Alter, wo man sich immer mehr über Service aufregt, beziehungsweise nicht verhandelnde Service, sondern auch so ein Alter, wo man experimentiert mit Schleudergängen. Weiß nicht, ob es bei dir so ist, sonst, ich habe immer alles am Anfang 100% geschleudert, so viel, wie die Waschmaschine hergibt. Ja. Und jetzt, ja, ich bin jetzt in der Phase, wo ich experimentiere. Ja, aber man, ja, ja, ja. Also, es gibt ja zum Beispiel so einen Hemdenwaschgang, und da ist die, der schleudert das nur die Hälfte der maximalen Schleuderkraft. Ja. Und das mache ich dann so, dann kommen die nur so ein bisschen nass raus, dann hängst du die auf dem Bügel, und dann werden die glatt. Dann glatten die sich. Ja. Gerne in der Duschkabine, wenn du heiß duschst. Ja, da muss ich 38 werden, um das rauszufinden. Wahnsinn. So Sachen mache ich jetzt, das sind so, du, da versuche ich hier so ein bisschen Farbe in meinen Alltag zu zaubern. Durch so Sachen. Dass ich da mal mit rum experimentiere. Da tappt man sich irgendwann dabei, wo man sich irgendwann denkt, wieso mache ich das eigentlich immer so? Weil man ist ja nicht die ganze Zeit, sozusagen, mit ganzem Bewusstsein denkt man an alles, was man macht. Nee, man drückt da auf den Knopf. Bis man zum ersten Mal denkt, ja, aber warte mal, also hier ist jetzt immer irgendwie 1200 Umdrehungen, warum gibt es 800, warum gibt es 600 Umdrehungen? Was soll das? Und da macht man das einfach mal und denkt sich, witzig, spannend. Da will ich mehr von. Auch mal sozusagen, weißt du was, da mache ich null Umdrehungen, komplett nasse Sachen mal raus. Hatte ich auch mal, hab ich auch mal gemacht. Einfach so, einfach mal so und so gucken. Super nervig. Super nervig, weil wenn du die aufhängst, das läuft ja richtig in 14 nach unten. Du hast einfach null Drehungen gemacht. Null Drehungen. Du hast einfach deine Hemden ins Aquarium gelegt und danach wieder rausgenommen. So fühlt es sich an. Richtig. Also das kann ich nicht, da kann ich von abraten. Aber das Erlebnis war erstmal, da habe ich gedacht, zaubert hier irgendwie ein Erlebnis in meinem Alltag. Ja, verstehe ich gut. Unser Backofen hat zum Beispiel 10 verschiedene Programme. Und ich dreh's entweder auf Umluft oder auf Ober-Unterhitze. So, die anderen, da habe ich dann, das ist ein lustiges Symbolchen, da habe ich jetzt zum ersten Mal geguckt. Aber was kann das? Richtig. Und dann die ganze Zeit noch heiße Luft. Das geht dermaßen schnell. Also am besten, also... Das ist im Grunde eine Mikrowelle eigentlich. Es ist eine Mikrowelle. Es ist eine bessere Mikrowelle, wenn du da irgendwas... Das Problem ist nur, es wird dermaßen heiß von oben, dass du die Sachen sehr weit nach unten legen musst. Ja, du musst es nicht ganz unterlegen. Ganz nach unten, richtig. Aber sonst ist es eine Wahnsinnsfunktion. Und neulich habe ich jetzt mal, mein Backofen hat Pyrolyse. Ja, das wäre mein nächstes Thema gewesen. Ja. Finde ich fantastisch. Das ist ja super. Pyrolyse ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Also wer das nicht kennt, das ist so, da haben nicht alle Backöfen... Ich habe die neueren Handers mittlerweile... Ich habe mir extra neun... Also damals, als ich die Küche eingebaut wurde, habe ich bestanden auf einen Backofen mit Pyrolyse, weil ich das mal unbedingt ausprobieren wollte. Dann habe ich es fünf Jahre nicht genutzt. Der Backofen sah aus wie Sau. Und dann habe ich es genutzt. Pyrolyse heißt, der Backofen wird so 300 oder 500 Grad heiß. Unfassbar heiß. Tausend Grad heiß. Tausend Milliarden Grad. Das ist die Pizza-Hölle. Genau. Also da wird alles Leben, wird da ausgelöscht. Ja, das ist im Grunde genommen, als würde die Sonne explodiert. Richtig, so. Und das passiert da aber in deinem Backofen. Das kann man da simulieren. Und so macht man ganz heiß und dann fällt quasi der Dreck als Asche auf den Boden. Ja. Und man wischt dann nur noch die Asche weg. Das fegst du nur noch raus und fertig. Mega geil. Habe ich mich aber nie getraut zu benutzen. Bin ich auch ehrlich. Irgendwie hatte ich da immer Angst vor. Ich habe gedacht, boah, weiß nicht, ist mir zu wild. Ist mir dann doch zu wild. Ja, ich habe das auch noch nicht benutzt. Ich weiß, dass das geht und ich weiß, dass meine Frau das irgendwann auch macht. Mein Problem ist, ich weiß nicht, welches Symbol das ist. Und jedes Mal stehe ich da und denke, man müsste das mal machen. Aber diese Symbole da, nichts davon sieht aus nach Pyrolyse. Jetzt müsste ich erst mal, Gott, jetzt müsste ich erst mal die Bedienungsanleitung. Ja, mach ich morgen. Ist eine gute Idee. Mach ich morgen mal. Das ist so ein klassisches Verschiebeding. Und dann hat sich aber der Backofen bei uns selber gemeldet und hat gesagt, es wäre wohl Zeit für eine Pyrolyse. Ja, das ist wie so ein, ja, man weiß doch manchmal, man muss jetzt unter die Dusche. Weißt du, drei Tage Festival, da denkst du dir, boah, jetzt brauche ich erst mal eine Dusche. Und so stand ja der Backofen schon. Er sagt, boah, ich brauche jetzt erst mal eine Pyrolyse. Ja, aber wenn euer Backofen mehr Service-Gedanken hat als meine Jackenfirma, dann ist ja irgendwas falsch in diesem Staat. Da ist ja was faul im Staat in Dänemark. So ist es, ja. Und ich muss sagen, Pyrolyse kann ich nur zu raten, Moritz. Wahnsinn. Es ist wie ein Neustart für dein gesamtes Leben. Mit so einem neuen Backofen des Staates. Und es ist wirklich, es riecht dermaßen verbrannt. Ja. Also es riecht extrem verbrannt in der ganzen Wohnung. Aber so eine interessante, aber es ist ja auch klar. Also das ist ja das, was passiert. Verbrennt ja auch. Ist ja auch richtig so. Also der Geruch passt zu dem, was passiert. Das gefällt mir sehr gut. Aber danach ist es wirklich so. Es ist alles voller Arsch. Du fliegst da raus. Toll, wie ein neuer Backofen. Till, warum bin ich hier? Warum bin ich in Berlin? Also das klingt so, als wärst du hier so aufgewacht. Warum bin ich hier? Wie heiß ist es? Ich weiß nicht. Ich bin älter. Ich habe immer Schwierigkeiten, mich immer mehr zurechtzufinden. Ich sitze jetzt hier schon länger auf deinem Sofa. Habe ich jetzt gerade realisiert. Nein, wir waren gestern bei, also wir haben gestern Promo gemacht für Falsch, aber Lustig. Die neue Staffel Falsch, aber Lustig. Es gibt eine neue Staffel Falsch, aber Lustig. Falls Menschen das noch nicht kennen, das ist eine Show auf YouTube, eine Game-Show auf YouTube, die geil ist. Die ist sehr geil, genau. Und wir waren, ich glaube, wenn das in der Mediathek vorhanden ist, dann werden wir jetzt auch unseren Promo-Auftritt, den werden wir aber auch mal verlinken. Ja. Denn wir waren gestern beim RBB, im altehrwürdigen RBB-Fernsehen, haben wir Werbung für YouTube gemacht. Das war das Überflüssigste aller Zeiten. Überflüssig will ich nicht sagen. Das Publikum, das Studio 3 guckt. Genau, wir waren im Studio 3 in der Sendung. Nein, und das tut mir wirklich leid, aber ich glaube, viele Menschen haben dann da angefangen und haben da stundenlang die Fernsehzeitschrift durchgeguckt, weil die sich dachten, diese beiden jungen Leute mit dieser Sendung, Falsch, aber Lustig, wann läuft das denn jetzt los? Ja, wann kommt denn dieses YouTube im Fernsehen? Ja, was ist denn da los? Ich habe jetzt bis nachts um vier alles, ich wollte da einfach mal umkringeln, aber ich finde, nicht falsch, aber lustig. Ja, Moritz, das ist ja wirklich ein böses Klischee, dass da alle so alt sind beim RBB, die sind maximal 68, 69, 70 die Leute im Durchschnitt. Ja, aber wie viele Leute gucken sich das an, das Magazin um 18.45 Uhr im RBB? Ja, sehr viele Menschen, begeisterte Menschen, RBB ist ein absoluter Power-Fernsehsender natürlich, ein Power-Fernsehsender, guckt man gerne. Und wir haben da wirklich Freunde gefunden, der Christian, der hat das moderiert, hat das sehr gut moderiert, muss ich sagen, hat das wirklich gut moderiert, war total nett, das ist eine Dreiviertelstunde, eine Sendung, das ist so eine Personality-Sendung, wo so ein oder zwei, also in dem Fall ja zwei Leute da eingeladen wurden und dann erzählt, so ein bisschen privat erzählt haben und so. Und das wurde dann aber immer wieder durchsetzt von so Berichten. Dreimal gibt es dann Lokalberichte. Genau, dann gibt es so Berichte aus der Region. Ja, und da ist ein Bericht spannender als der andere, muss man sagen. Vier Berichte sogar. Vier Berichte, genau. Also da gibt es dann, also da wurde, ja, ich will jetzt nicht zu viel vor, ich will jetzt nicht spoilern, weil ihr wolltet es sicherlich alle noch sehen, aber ich sag mal so, die letzte Sendung, das hat auch so eine Dramaturgie, ne? Also was so, also die spannendsten Themen kommen dann natürlich zum Schluss und das Spannende, also das Endthema, das letzte Thema war dann Sanddorn, eine ganz besondere Frucht. Ja, ist doch so, das war so. Ja, die Zitrone des Norns. Die Zitrone des Norns, super, das merke ich mir. Die Zitrone des Norns gefällt mir sehr gut. Ganz viel Vitamin C, aber ist nicht für alle was. Hat der Moderator sich dann auch kritisch geäußert, Christian halt. War sehr nett, also, oder? Ich habe mich da richtig wohl gefühlt, es war eine lustige Show, also man durfte da auch ein bisschen freidrehen. Und das machen wir, was du willst. Ja, das war irgendwie mal ganz geil mit Christian. Das packen wir euch mal in den Begleittext, damit ihr mal, dass ihr nochmal so richtiges Fernsehen seht. Weil ich hatte das Gefühl, wow, das ist wirklich, das ist hier gerade Fernsehen. Das war noch richtiges Handwerk. Ja. Ja. Das, also, ja, das war absolut, und es gab sogar eine Live-Schalte zu Leuten, die seit 50 Jahren campen. Alleine, dass das live ist. Ja, und das war wirklich live. Das war live, live. Und wir waren ja auch live. Ja. Wir waren nicht klar, dass es das noch gibt. Ja, dass man wirklich auch, also, wir entspannter für alle waren. Richtig. Dass das live war. Ja. Da gab es keine Ansage von, das bitte nicht. Also, man ist da gerade auf Sendung vor einem Millionenpublikum. Ja. Und da bleiben alle ruhig. Das ist, wir waren, ich war wahnsinnig aufgekratzt. Ja. Ich war richtig, ja. Ja. Das kann ich so bestätigen. Weil ich hatte jetzt schon ein paar Fernsehsachen wohl, aber das war jetzt richtig, ich habe das Gefühl, boah, jetzt bin ich da, sonst sehe ich es immer nur von außen. Jetzt kann ich in diesen Fernseher reinkriechen. Das ist wirklich, das ist so eine, ich war schon bei Fernsehsendungen, aber das war für mich richtiges Fernsehen jetzt zum ersten Mal. Ja. Das ist so eine richtige Sendung, die sehe ich immer nur und auf einmal bin ich da selber in der Sendung. Wahnsinn. Du warst richtig, ja, du warst richtig aufgekratzt. Das war super. Das hat richtig Spaß gemacht. Es gab sogar alkoholfreien Sekt. Also, es war eher... Es gab Schnittchen. Es gab Schnittchen, es gab... Genau. Und da haben wir dann Werbung gemacht für Falsch, aber lustig. Ja. Das war, das war richtig gut. Ja, ich glaube, das bringt dieses Format nochmal richtig nach vorne. Ja, wieso tust du immer so, als wären alte Leute, das sind Silversurfer, die hängen alle bei TikTok ab, natürlich. Die haben mega Bock, die bingen das weg. Ich will nicht wissen, wie viele, das würde mich interessieren, wie viele ältere Leute da jetzt auf uns aufmerksam geworden sind und bei YouTube das wegsuchten. Also, wie viele Faxe da ankommen, wenn wir sagen, ich suchte das gerade weg, mega geil, die Jungs. Liebe Grüße, Oma Gisela. Kann das durchaus sein. Ja, wir waren erst da und dann war Premierenfeier für die neue Staffel. Dann die erste neue Folge, also die Staffel beginnt am 31.08. Donnerstag. Der RBB hat richtig groß eingeladen in den 14. Stock des RBB-Gebäudes, das ist so eine Bar und richtig toll mit Terrasse und so, richtig nett. Du hast halt, also kann man sagen, was man will, aber du hast da einen richtig, richtig krassen Blick über Berlin. Genau. Und da haben wir jetzt, also wir haben das nicht präsentiert, wir waren da irgendwie eingeladen und dann wurden die ersten zwei Folgen präsentiert von Falsch, aber lustig. Und die gesamte Berliner Comedy-Szene war da. Das war krass, ich kenne die alle nicht. Ich kenne die alle. Ich war mit drei Kindern bisher nicht mehr viel unterwegs, aber es war offensichtlich, hier kennen alle alle. Hier kennen alle alle. Es war wirklich so wie ein riesiges, also ich kenne die alle, weil ich bei Open Mics immer bin und da so mein Zeug rund spiele und dann sind da wirklich, also es war wirklich wie ein riesiges Open Mic, nur niemand ist aufgetreten und wir haben gemeinsam Videos geguckt von uns. Das ist komisch. Was ein bisschen unangenehm war. Es ist ein bisschen komisch. Es war ein bisschen, also du sitzt da und dann sitzen da ganz viele Leute und dann guckst du zusammen dein eigenes Video an. Das war merkwürdig. Das war ein bisschen, also es war ein bisschen so, als würdest du mit deinen Eltern einen Film gucken und dann merkst du, Shit ist ein Porno. Ja. Und du kannst aber nicht mehr, also du hast gesagt, jetzt ziehen wir es durch. Jetzt ziehen wir es durch. Jetzt, okay, also wie lange kann das gehen? Und dann merkst du mittendrin, krass, das geht richtig lange. Das ist ja krass. Jetzt noch mal eine andere Position. Kann ich mich gar nicht daran erinnern, weil das war ja auch mein eigener Porno in dem Fall. Oh, stimmt. Nee, das ist wirklich gar kein gutes Bild. Aber ja, es fühlte sich ein bisschen komisch an, aber ich muss sagen, irgendwann ging es dann auch, oder? Ja, gut, du hast aber auch getankt. Ja, ich hab, also das war eine klare Ansage, ich werde mich heute abschließen, das hab ich geschafft. Auch gar nicht mit so viel Alkohol. Ich hab auch gestern, ich hab da gesessen mit unserem Agenten und du warst nicht da und er meinte, warum ist Till so, ich hab das gleiche getrunken wie Till, warum ist der so viel betrunkener als ich? Ja, ich hab gedacht, ja, das war ja die Annahme, das war ja die Vorname. Die Ansage war, heute bin ich betrunken und dann ist es ja fast egal, also es gibt ja dieses Phänomen mit, wenn du Leuten ein alkoholfreies Bier gibst, aber du hast das Alkohol drin, dann sind die betrunken. Ja. Und du bist gestartet mit dem Ding von, ich bin jetzt gleich betrunken. Ja, richtig. Und dann warst du einfach betrunken, dass ich gar nicht von der Alkoholmenge habe. Nee, überhaupt nicht. Ich hatte anderthalb Bier, da hatte ich das Gefühl, ich bin betrunken. Ja, ich weiß. Das war, da war ich halt so ein bisschen überdreht da, aber das war super. Ja. Und dann hab ich eben auch nicht mehr gespürt, dass es eigentlich auch immer ein bisschen peinlich ist, gemeinsam was von einem selbst zu gucken, sondern ich war dann richtig drin und hab dann auch richtig gelacht. Ich hab auch richtig laut gelacht. Ja. Also teilweise auch wirklich, also das maximal peinlichste, was man machen kann, über die eigenen Witze, die man da gerade von sich selber gesehen hat. Hab ich auch. Ja, oder? Hab ich auch. War doch witzig. Ja, war ja auch witzig. Und wir haben ja auch, also das Ding ist, ich war ja auch selber überrascht tatsächlich. Man weiß ja nicht mehr, was man da gesagt hat. Genau. Deswegen, ja, hab dann auch gedacht, ja gut, das ist ja alles ein bisschen. Aber das ist ja, also klar ist das eigentlich unangenehm, aber warum soll man sich jetzt die ganze Zeit diesem unangenehmen Gefühl ergeben? Dann kann man jetzt auch einfach so tun, also das ist komplett normal. Ja. Dann machen wir das jetzt einfach, dann hat man einfach mehr Spaß. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, das war auf jeden Fall aufregend. Die kommt jetzt raus, die, wann jetzt? 31.08. 31.08. Also das ist ja dann, wir nehmen schon ein bisschen früher auf, Murth. Es ist, also jetzt. Also gestern. Gestern. Wie lief gestern? Achtung. Achtung, Achtung. Ihr könnt jetzt dieses Format, Falsch, aber lustig, sehen bei YouTube. Auch das packen wir in den Begleittext. Klar. Guckt bitte erst die Promo. Ja, erst die Promo. Also ich sag mal so, das ist klausurrelevant. Thema Zitrone des Nordens. Da möchte ich bei euch allen wissen, dass ihr das gesehen habt. Ja. Was die Zitrone des Nordens ist. Und dann geht's los. Dann surft vorbei bei YouTube. Falsch, aber lustig. Klar, erste Folge. Erste Folge. Mit der Mitarbeit, ähm, 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 wo soll ich sagen, Felix Lobrecht. Schub gar nicht. Äh, Till Reinhers, Phyllis Taschdan und Lena Kupke. Ja, das ist eine super Folge geworden. Ja, das ist eine richtig gute Folge. Also wie gesagt, ich hatte dann schon irgendwann ein Espresso Martini drin, aber ich fand's richtig gut. Ja, also das können wir euch wärmstens ans Herz legen und das kommt jetzt jede Woche raus und wir werden nicht müde werden, das jedes Mal, tut uns leid, aber das müssen wir mal, so viel Promo müssen wir dann schon machen, das jedes Mal hier im Podcast einmal kurz zu erwähnen. Ja, das heißt aber auch, ich bin ab heute auf Tour. Du bist ab heute auf Tour in sämtlichen Städten. Ah ja, krass, okay. Genau, und wir hoffen nach. Jetzt wird mir erst klar, wie nah das schon dran ist. Ja, du bist. Ich bin jetzt schon auf dem Weg nach Dresden. Du bist jetzt schon auf dem Weg nach Dresden, siehst du? So, und dann geht's los, 17 Tage am Stück oder so, ne? Elf, erst mal nur elf. Elf Tage, dann kurz Pause, dann nochmal. Und dann 17. Und dann nochmal 17 Tage. Gibt's Sachen, die du dir vorgenommen hast, die du jetzt anders machen möchtest? Ja, ich möchte abends lesen. Okay, ja. Und alle, also jeden dritten Tag möchte ich abends lesend früher ins Bett gehen. Ah, sehr gut. Meinst du, das kriegst du hin? Nein. Genau, das werde ich mir auch vornehmen und wir begleiten dich bei deiner Challenge, Moritz. Ja. Ja, dass du ab und zu mal so einen, kannst du dir das merken? Ja. Ja? Ja. Also, dass wir mal gucken, so okay, bleibst du da am Ball. Dass wir das hier mal gemeinsam überprüfen, sonst wird das halt wieder nicht. Ne, ich hab mir aber erst vorgenommen, ja, jeden Abend mach ich, das ist natürlich Quatsch. Aber jeden dritten Abend lesend früher ins Bett gehen, um dann morgens auch wirklich früh aufzustehen und spazieren zu gehen. Ah, mit spazieren gehen, ja, das ist sehr gut. Das ist so ein Paket, das ich dann aber auf der ganzen Tour dreimal machen möchte. Das ist sehr gut, das hilft dem Gemüt. Ja. Es hilft dem Gemüt. Es hilft dem Gemüt. Ist doch so. Ja, das sind Gemütshelferle. Ja, ne? Das ist halt, ja, natürlich, dass man viel rausgehen, viel spazieren gehen, hilft extrem. Ja, aber man bewegt die sonst einfach gar nicht. Richtig, ja. Ich wollte jetzt doch mal auf den Barbie-Film zu sprechen kommen, Boris. Nochmal. Ja, weil ich hatte das jetzt so kurz abgehakt, aber du hast den ja jetzt nicht gesehen. Ich will dich auch gar nicht damit voll nerven. Ich finde es jetzt nur ... Aber es hat was bei dir im bleibenden Eindruck hinterlassen. Es hat im bleibenden Eindruck hinterlassen, weil ich das so absurd finde. Ich finde es so interessant, wie schnell Leute akzeptiert haben, dass es einen Film gibt über ein Produkt. Das finde ich so ... Also, das ist ja total wahnsinnig eigentlich. Das ist ja so wie Eimer, der Film. Ja, oder? Es ist so ... Besen, der Podcast. Besen, der Podcast. Ja, es ist ja komplett komisch. Und ich finde, also, das muss eben auch mal honoriert werden. Und ich finde, aus der Perspektive hat es jetzt für mich am meisten Sinn ergeben, mal zu gucken, okay, da gibt es jetzt ... Mattel kommt zu irgendwelchen Schreibern, die offensichtlich Kinofilme schreiben können und sagt, wir würden gern ... Also, Mattel ist der Hersteller von Barbie. Aber war das so ... Wir würden gerne einen Film machen ... Ja, also, es gibt ja ... Also, okay. Ich weiß es nicht. Aber das ist ja ... Das soll uns ja jetzt hier nicht davon abwenden, wild zu spekulieren. Ja. Naja, ich kann mir nicht vorstellen ... Ja, wir machen heute einen Joe-Wogan-Podcast. Finde ich gut. Moritz, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so ist, dass sich drei Leute zusammensetzen und sagen, lass mal einen Film über Barbie machen, vielleicht will Mattel das. Nee, genau. Aber so, das ist ja unsere ... Das ist ja die übliche Joe-Wogan-Recherche ist ja ... Also, ich könnte mir vorstellen, dass ... Ja, ist okay, Moritz. Ja, finde ich ja gut. Ja, finde ich ja gut. Ja, aber ... Oder? Aber jetzt mal ganz ehrlich. Also, es wäre doch komisch, wenn es umgekehrt gewesen wäre. Ich sag mal, Mattel wird sich nicht dagegen gewährt haben. So vieles steht fest. Ich ... Also, ich nehme an, das wäre eine Auftragsarbeit. So, und ich können mir sogar ... Also, ich sag mal, wie ich es mir vorstellen, Moritz. Ja, du kannst dann sagen, wie glaubwürdig du das hältst. Ja. Ich glaube, Mattel hat sich gedacht, boah, Barbie hat Geburtstag. Wir haben jetzt seit 50 Jahren dieses Plastikspielzeug. Wir müssen was richtig Geiles machen. Wie wäre denn ein Film? Ja, geil. So, und dann sagen die Autorinnen und Autoren, können die einen Film machen? Und ich so, was? Ja, bei meinem Produkt. Aber es gibt ja gar keine Storyline. Also, wir müssen uns alles aus dem Arsch ziehen, oder was? Ja, so haben wir uns das vorgestellt. Ja, okay. Und dann haben wir das gemacht. Und dann haben Mattel ab und zu so reingegeben, was das so für ein Film ... Also, was so das Volumen ist. Und dann haben wir gesagt, ja, übrigens, also, wir haben ja so 150 Millionen Dollar Marketing-Volumen. Mhm. Okay. Und dann irgendwann haben die Autorinnen und Autoren gesagt, ja, Leute, ich glaube, das wird ein krasses Ding. Wir müssen uns hier echt ranhalten. Und dann haben wir so, ja, Ryan Goslinger hat zugesagt. Ryan Goslinger? Für den Barbie-Film? Wir wollen ja einfach nur so einen Produkt-Film machen. Und jetzt ist Ryan, was? Also, das soll so ein richtiger Film werden, oder was? Ja, okay. Ja, da müssen wir uns da richtig ranhalten. Oder so wär's doch. Es ist doch so absolut komisch. Also, es gibt ja gar keine Story. Es gibt ja immer nur Werbung für Barbie. Barbies Traumwelt, bla, bla, bla. Und irgendwie so eine, ja, gedanklich meinetwegen eine Welt, die man aufmacht. Oder als Kind hat man da sich was zu erzählen. Aber es gibt ja kein Buch über Barbie. Es gibt ja gar keine Erzählung dazu. Es gibt ja einfach nur ein Produkt. Ja. So. Und das finde ich irgendwie total interessant, dass man daraus dann eine Geschichte machen muss. Und dass denen das irgendwie halbwegs gelungen ist. Also, wenn das so ist, was ich bezweifle, aber wenn das so ist, dass das von Mattel die Idee kam. Ja, glaubst du das nicht? Glaubst du, die Idee kam von Autorinnen oder Autoren? Ja, ich glaube tatsächlich, dass das so eine Autorin war. Und es gibt dieses, und das ist in den letzten Jahren immer wieder aufgetaucht, dieses Zitat von der Macherin. Ja. Von der Erfinderin von Barbie, die dann meinte, naja, das ist ja eigentlich eine Ikone des Feminismus. So war's ja gedacht. Ja, okay, verstehe. Und die dann gedacht hat, ja, dann machen wir noch einen Film draus. Aber selbst, also wenn... Aber es ist ja von Mattel. Also es ist ja schon von dem Hersteller. Das muss man schon sagen. Also das ist ein Fakt-Mode. Das vermute ich jetzt nicht. Das ist so. Ah, okay. Ja, aber ich glaube, dass die Idee für den Film von außen kam und an Mattel herangetragen wurde. Das meine ich. Okay, meinst du? Ich glaube nicht, dass Mattel gesagt hat, lass uns mal so was machen mit Feminismus und sowas. Sondern ich glaube, es war schon so, ja, wir brauchen ein bisschen Barbie-Film machen. Ja. Und dann kam jemand und meinte, ja, aber dann lass doch, lass doch so ein bisschen was kritisch ist. Dass wir da so eine Untertür haben. Ja, okay. Ich glaube, das sagt keine Firma von sich aus. Aber... Doch, ich glaube schon. Gut, vielleicht... Natürlich, das ist Pink-Warschäen. Ich wusste nicht, dass es von Mattel ist. Ja, dann ist es gut. Das ist schon... Weißt du? Und dann ist es wiederum genial. Ja, natürlich. Weil man dann sagt, naja, also das Zielpublikum sind ja nicht Kinder. Ja. Das Zielpublikum, unsere Werbung läuft auf Kinder. Wir haben hier Kinder spielen damit. Alles gut. Aber du willst ja... Die Eltern beruhigen, wenn sie Barbie kaufen. Genau. Und du hast halt Leute, die kaufen sowieso Barbie. Die haben wir auch schon im Sack. Ja. Was wir brauchen, sind die Leute, die sagen Barbie. Ja. Nein, das geht überhaupt nicht. Richtig. Die wollen dich, Moritz. Die wollen mich und meine Frau. Ja, natürlich. Und dann muss ich sagen... Kommt mal weg von dem scheiß Kork- und Holzspielzeug, hin zur Barbie wieder. Natürlich. Ja. Das ist eine feministische Ikone. Ja. Ja. Hol dir die Plastikfrau. Da hat jemand gesessen und sich gedacht, naja, was machen wir mit Woke People? Richtig. Die kaufen ja gar nicht eine Barbie. Ja, die kaufen ja gar nichts mehr, die Arschlöcher. Da müssen wir ran. Ja. Da müssen wir ran. So, und du sollst das kaufen, Moritz. So, genau. Hat es schon gefruchtet oder Barbie? Überhaupt nicht. Okay, gut. Weil das Aussehen dieser Barbie immer noch suggeriert, dass Frauen so aussehen und aussehen sollen. Und das ist Bullshit. Ja, okay. Dann machen wir... Wir warten auf Woke Barbie, dass vielleicht nochmal andere Körperformen da sind. Woke Barbie, gerne. Woke Barbie. Das wäre genial. Woke Barbie, die so ein bisschen verlebt ist. Das heißt verlebt. Einfach nur so ein Körperbau, wo man denkt, ja, die laufen rum. Die gibt's. Ja, das stimmt. Das sind ganz normale Leute. Richtig, das stimmt. Aber ich fände auch witzig, wenn die so ein bisschen verlebt ist und so sehr wilde Haare hat und so aussehen als... Crack Barbie. Crack Barbie und Wald Barbie. Weißt du so... Oder Camping Barbie. Ja. So, dass die so ein bisschen fettig ist einfach. Aber es gibt doch auch Rollstuhl Barbie sogar, oder nicht? Rollstuhl Barbie gibt's genau, ja. Also ein paar Ausflüge hin zu mehr Diversität gibt's dann schon. Ja. Ja, also auch irgendwie so Hacker Barbie oder so. Single-Working-Mom-Barbie. Genau, die so richtig fertig und völlig überkühlt ist. Mit so mega Augenringen. Okay, wir machen das hier ganz pragmatisch einfach. Ja, genau. Oder Alki-Barbie. Ja. Ja, es gibt auch viele Alkoholikerinnen. Warum nicht die abbilden? Einfach die ganze Welt abbilden. Ja, und da müsste man ja auch mal hinkommen, dass man Frauen nicht nur positiv darstellt. Weißt du? Ich hab nicht das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft Frauen jetzt nur positiv dargestellt werden. Nein, aber von... Nee. Ich weiß, was du meinst. Von Barbie aus. Ja, natürlich, dass man auch mal irgendwie sagt, naja, es gibt auch Mütter, die verlassen oder töten ihre Kinder. Du bist Mörder-Barbie. Mörder-Barbie. Ja, dann kriegst du Marbie und dann kriegst du so ein kleines Säugling und dann kriegst du so einen Blumentopf. Das ist das Set. Moritz, aber das ist mir wirklich aufgefallen bei diesem Barbie-Film. Und zwar, dass da... Also ich hatte das Gefühl, das ist schon so ein bisschen so ein 80er-Jahre-Feminismus. Also der so ein bisschen ist so, hey, Frauen können auch arbeiten. Ja, ja, klar, okay. So, weißt du? Ich hab den Film nicht gesehen. Ja. Also es ist ja, es ist keine schlimme Sache und so muss man jetzt auch nicht... Also es war auch immer noch ein Film über ein Produkt. Also man musste den nicht so sozusagen mit den Maßstäben messen eines, weiß ich nicht, von einem Film, der einem sozusagen die Welt erklären soll oder so. Ja, ja, ich wusste ja nicht, dass das direkt vom Hotel ist. Ja, ja, schon. Die Info hatte ich nicht. Ja, so, natürlich, es ist schon eine Imagepflege, würde ich sagen. Ja, ja, klar. Ja, aber ich find, was man im Film so ein bisschen, wenn man denn das kritisieren will, was man absolut nicht muss, aber wenn man es ja machen wollen würde und ich mach's, dann kann man schon kritisieren, dass es eigentlich lustigerweise ein Film ist, wo Ryan Gosling total gewinnt. Also Ryan Gosling, der Ken spielt und so einen ganz doofen Ken spielt halt. Der ist so ein bisschen doof, so ein bisschen Dully-mäßig. Und der spielt auch einfach nicht so eine große Rolle in diesem Universum, merkt man. Der ist einfach immer so da, wie so ein aufgeregter Hund springt der dann immer um Barbie rum. Und Ryan Gosling spielt das aber einfach sehr, sehr lustig. Deswegen ist er so, naja, wie so Filme, so klassische Komödien oder Rom-Coms, wo es dann immer so den einen Typen gibt, der kifft. Der ist nicht viel in dem Film zu sehen, aber es ist irgendwie witzig, dass es den gibt. Und der gewinnt irgendwie total. Und tragischerweise ... Vor allem, wenn du jemanden nimmst als Schauspieler, den man sonst nicht in der Rolle kennt. Genau. Und man denkt, ach krass, das kann der auch. Genau, und das war halt wirklich geil. Und dann gibt's einfach den ... Also er hat auch den besten Song, finde ich. I'm Just Can. Also ich hab den hier auch schon privat gehört. Ich liebe diesen Song. Er macht da den Tanz zu. Er tanzt einfach auch wirklich gut dazu. Und dann merkst du auch wieder, ja klar, das ist der Typ aus dem Disney-Club. Der kann das alles. Der hat dieses Entertainer-Gen. Und das ist so geil, den jetzt endlich mal nicht zu sehen als so einen Typen, als so einen leicht psychopathischen Typen, der irgendwie nur zwei Gesichtsausdrücke hat. Der hat ja ganz lange diese Rolle gespielt. Sondern der hat das auf jeden Fall drauf. Der hat auch dieses Timing, der spielt das lustig, das ist echt witzig. Genau. Und worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass ich finde, also ganz echter Feminismus sozusagen ... Keine Ahnung, ich lebe mich da jetzt ein bisschen aus dem Fenster vielleicht. Oder ... Ja, auf jeden Fall ... Feminismus hat ja sehr viele Ansichten und Facetten. Genau, es gibt super viele Ansichten, aber ich finde, eine Facette davon ist, Frauen so zu zeigen, wie sie sind. Also eine Persönlichkeit zu zeigen. Nicht nur sozusagen einen Träger von Frauen im Allgemeinen, sondern eine Persönlichkeit zu zeigen. Eine Frau als Persönlichkeit. So mit allen Facetten zu zeigen. Und es gab einfach auf die Reaktion, dass Frauen immer so Beiwerk waren. So früher gab es dann die Reaktion, zu sagen, nee, Frauen sollen jetzt auch mal eine Hauptrolle haben. Und weil man fast wie ... weil man so schuldbewusst ist, zeigt man Frauen also nur gut. Ja. Ja? Also die Frau ist der Engel, die Frau ist ... die löst alle Probleme. Das sieht man heute noch ganz oft, finde ich, die Rolle von Frauen. So in Filmen. Ja. Und das, finde ich, das meine ich so mit 80er-Jahre-Feminismus. Ja. So aus einem Schuldbewusstsein heraus. Und das war eben auch Barbie. Ja. Deswegen war die auch nicht so spannend. Die war halt gut und nett als so. Und okay. Und die geht da auch durch eine Reise und so. Aber die hatte nicht so viel Charakter. Weil Charakter hat man dann auch, wenn es irgendwie Abgründe gibt. Ja. So. Und das ist irgendwie ... das passiert gar nicht. Und die hatte fast Ken mehr. Also Ken hat mehr ... ist mehr durch eine charakterliche Reise gegangen als sie. Mhm. Obwohl er so doof gezeigt werden sollte oder so. Aber absurderweise gewinnt er eigentlich in dem Film. Obwohl das gar nicht gezeigt wird natürlich. Aber jetzt rein sympathiemäßig. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Das fand ich irgendwie interessant. Und da habe ich gedacht so, ah, das ist irgendwie ... es gibt doch so einen Test, ob ein Film sexistisch ist oder nicht. Dass man so sagt, wie viele Frauen kommen vor, reden Frauen über was anderes als Männer, wie viele Rollen gibt es? Da gibt es doch so einen Test, ne? Den kenne ich nicht. Okay. Doch. Den haben wir mal besprochen sogar. Hier im Podcast. Also es gibt so ... es gibt einen ... ja, jetzt müssten wir das ... Bitte schickt uns das nicht. Weil jetzt würdet ihr natürlich schreiben, ja, das ist das und das. Aber dann schreiben das super viele Leute. Ja, gibt es wohl. Also es gibt einen Test, der stellt so ein paar Fragen. Ja. So. Und die fand ich irgendwie ganz gut. Ja, so. Aber ich würde jetzt sagen, jetzt muss man eigentlich noch einen weitergehen und sagen, werden da Frauen nicht nur positiv dargestellt? Ist fast jetzt der weitere Test. Oder werden Frauen in mehreren Facetten gezeigt? In mehreren Dimensionen. Richtig. So. Haben die gezeigten Charaktere die weiblichen Tiefgang? Ja, genau. So was. Ja. Das ist mir aufgefallen. Ah ja, das wäre, glaube ich, jetzt sozusagen das Neue. Mhm. So wie man ... oder? Dass es jetzt so Frauenfiguren gibt, die dann irgendwie so auch ... oder es gibt sogar mehr ... oh, verrückte Idee. Es gibt sogar mehr als eine Frau. Ja. Und die sind dann unterschiedlich. Ja. So. Nee, das wäre jetzt erst mal zu viel. Also da fühlen sich auch viele Menschen gerade in der ländlichen Region dann abgehängt. Ja, ja. Das geht zu schnell, der Wandel. Und jetzt möchte Mattel auch weitere Produkte. Ja, natürlich. Ja. Wenn die so einen Welterfolg haben, dann merken die doch ... Ohne Scheiß. Okay. Und das ist ja der Fehler. Pass auf. Das ist ja der Fehler. Hot Wheels. Nicht nur, wenn es am schönsten ist, sondern ... Was haben wir denn noch in der Abteilung? Ja, und ich sag's dir, was sie haben. Hot Wheels. Es soll einen Film geben über Hot Wheels. Ja, aber ... Das sind so Autos. Das sind so stellende Autos. Das ist ja aber einfach die Idee von Cars. Von was? Das ist der große ... Ach, von Cars. Ja. Ja. Wir haben ja einfach Zeichentrickfilme geguckt. Ja. Und dann gab's den Film und fertig. Ja. Jetzt wird ja jeder Zeichentrickfilm, der wird ja einfach über Jahrzehnte hinweg mit Merch zugebombt. Richtig. So, da hast du dann ... Den letzten Film, den letzten Disney-Film, den ich gesehen habe, war dieses Eis-Ding. Ice Age. Nee. Dieses mit der ... Mit der Eisprinzessin. Frozen. Frozen. So. Hab ich gesehen im Fernsehen, äh, im Kino. Ja. Weil wir damals, ja ... Ich hab mit meinen Geschwistern getroffen und gedacht, geil, jetzt gucken wir mal so einen Disney-Film. Ja. Und jetzt, bis heute, bis heute läuft diese Marketing-Schiene mit Frozen. Ja. Das war, als wir Kind waren, war das nicht so. Da war's ein Film und fertig. Da warst du dann nicht, jetzt bei McDonald's, jetzt gibt es nochmal den Schneemann. Und hier nochmal was zu kaufen und da nochmal auf einem Waschlappen und hier als Schulranzen. Das ist ja einfach nur noch pervers. Wird einfach alles tot geritten. Und das war Cars, war einer der ersten, die ich mitbekommen habe vorhin. Da gab's so einen Film für Kinder und auf einmal gab es alles mit Cars. Ja. Alles mit diesem Auto und die anderen Autos. Und dann kannst du dies noch kaufen, das noch kaufen. Und jedes Produkt, das es jemals gab, gibt's auch nochmal in Cars-Version. Ja, das ist ja ... Und jetzt mit Hot Wheels oder was? Ja, genau. Oh Gott. Jetzt Hot Wheels und so. Und dann hab ich mir, ja, Mutz, du gehst da so negativ ran. Ich hab mir jetzt gedacht, ne, was sind denn Produkte, die wir mögen, wo es mal einen Film drüber geben sollte? Weißt du? Ja. Dass man da einfach mal so rumdenkt. Was sollte eigentlich ... Ja, aber es muss ja Spielzeug sein. Nein, es muss ja irgendwas Vermenschlichtes sein. Finde ich nicht, Mutz. Wir kriegen alles ... Weil Cars sind ja auch erstmal gar nicht ... Also Autos sind ja auch erstmal gar nicht menschlich. Nee, aber mit Gesichtern halt. Also du meinst ... Ja, aber das kriegt man hin, Mutz. Denk mal Out of the Box. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Nicht zensieren. Erstmal alles zählen, Mutz. Ich hätte gerne so ein ... Was magst du gern? Was findest du gut? Ich hätte gerne so einen Kinderfilm, der in einem Kühlschrank spielt. In einem Kühlschrank. Ja. Und mit sprechenden Produkten. Dr. Broccoli und sowas. Wer ist denn für dich der Chef? Wer ist für dich das Chefprodukt? Ist es die Milch? Also du, weil es muss ja irgendwie ... Kühlschrank der Film werden. Ja, es ist Kühlschrank der Film. Ja, okay. Ich glaube, der Chef ist nie der Chef. Ja. Der Chef ist nie der, der am lautesten ist. Ja. Der Chef ist dieses sehr alte Glas Oliven, das da seit Ewigkeiten drinsteht. Stimmt, weil der hat schon alles gesehen. Natürlich, das alte Glas Oliven als Chef. Das ist so ein italienischer, weiser Mann. Fantastisch. Der eigentlich alles lenkt. Ja, okay, verstehe. So ist aber nicht der lauteste. Der lauteste ist, ja, ist die Milch. Die Milch ist so ein bisschen dümmlich. Das ist so ein bisschen norddeutsch. Ja. So ein paar dümmliche Jungs, die da rumstehen, ist die Milch. Ja, verstehe. Okay. Ja, finde ich sehr gut. Und dann aber so eine aufgeweckte Kiwi und so. Genau. Ja. Übrigens, gesprochen von Kiwi. Ja. Von Andrea Kiewel, das wäre fantastisch. Du hast unten dann so einen bunten Möhren, die alle, wie so siamesische Leute, die aber alle immer zusammen rumhängen und viel zu hektisch sind. Ja, finde ich geil. Und sich immer alle ins Wort fallen und eine Geschichte erzählen wollen. Ja. Klar. Finde ich nur ein bisschen schade, Moritz, dass da, siehst du, wie du da direkt in so eine Falle rutschst. Das sehe ich jetzt direkt, das müssen wir ändern. Ja, dass ausgerechnet der Chef dann ausgerechnet ein Mann ist. Ein alter Mann. Ja, ein alter, weißer Mann. Das ist... Nee, ist nicht weiß. Naja. Er ist halt jener. Ja. Ja, ist schon... Wird weiß gelesen, würde ich sagen. Ja, wird weiß gelesen, das stimmt. Ja, aber wir sind ja realistisch. Also, wenn ich jetzt ein Konzept schreibe und den sage, ja, und die Chefin, das ist Bambini Mozzarella, das ist so eine junge, taffe Frau. Ja. Ja, das können wir dem Publikum nicht verkaufen. Das geht nicht. Also, du hast ja... Das überfordert das Publikum. Ja, wir fangen ja jetzt an mit starken, weiblichen Charakteren. Ja, Mozzarella ist auch wirklich super weiß. Und ganz, sind wir mal ganz ehrlich, der Chef ist ja meistens ein Mann. Ja, verstehe. Noch ist es ja so, dass der Chef meistens ein Mann ist. Noch, also noch... In dem Film kommt ja natürlich, wird natürlich klar. Ja, aber es ist eine Fantasiewelt, Moritz. Es ist ja so, ja, aber noch ist es ja wohl so, dass im Kühlschrank immer noch ein Mann der Chef ist. Genau, aber das erzählst du dann ja. Also, das machst du den Kindern ja klar mit. Ja, das ist... So, der Chef ist ja... Okay. Der war immer schon da. Der war immer schon da. Okay, und das der Konflikt erzählt. Aber die große Ahnung hat ja nicht... Das haben ja nicht die. Das hat ja... Verstehe. Die Frau, also die Frau, also Fruchtfrau, die ja dann Stück für Stück wo rauskommt, eigentlich hat die die Ahnung. Eigentlich sollten wir an sie hören. Die Mango. Das ist... Nee, das ist Miss Grapefruit. Ah, ja, Miss Grapefruit. Okay. Aber Miss Grapefruit ist ein guter Name irgendwie. Das gefällt mir sehr. Ja, siehst du, oder? Ja. Also, es ist doch geil, dass es jetzt geht. Man kann über Produkte... Ich hätte zum Beispiel gesagt, ich will Handstaubsauger, der Film. Weißt du? Finde ich gut. Die lustigen Abenteuer, weil er wird nicht so ernst genommen. Also, die Geschichte ist natürlich, er ist mit anderen Staubsaugern, wächst er auf und wird immer belächelt und so. So, aber er ist natürlich der, der dann... Also, jeder kann was, ist die Message. Ja, eine positive Botschaft. Er ist dann halt... Ja, was denn? Und er kann halt die kleinen Sachen, die kleinen Ecken, die auch total wichtig sind. Aber auf seiner Reise erlebt er das erst. Weil er denkt erst, er ist nur kein guter Staubsauger, weil er nicht so viel saugen kann und ihm geht so schnell die Puste aus. Und dann auf dem Weg dahin lernt er, nein. Aber ich kann viele tolle andere Sachen. Handstaubsauger, der Film. Kühlschrank, der Film. Bald im Kino. Ja, finde ich gut. Ja, das war Talk ohne Gast für diese Woche. Ach krass, okay, wirklich? Ja, wirklich wahr. Ich muss auch los, ich muss nach Oldenburg jetzt. Du musst jetzt nach Oldenburg fahren. Ja, ich habe ein einziges Tryout. Ich habe eine einzige Show heute Abend, wo ich mal gucke, ob ich jetzt überhaupt, jetzt wirklich ein Programm habe. Ja, und? Ja, weiß ich noch nicht. Ja, dann toll, toll, Moritz. Also, ich sage mal so, wenn ihr das jetzt hört, ist Moritz schon im Auto nach Dresden. Ja, also jetzt gerade werde ich schon festgestellt haben, ob ich heute Abend ein Programm habe oder nicht. Oder? Ist das nicht geil? Futur 2 und ein Film über den Kühlschrank und Handstaubsauger. Wenn ihr das hört, werde ich eventuell schon versagt haben. So, also ich finde, also ihr könnt nicht sagen, wir hätten nicht abgeliefert. Das muss man ja mal sagen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war Talk ohne Gast. Fritz ist eine Produktion des rbb.